Wollen wir immer noch? Mehr! Mehr? Die Ludolfs sagen Vollgas! Also, was rätest du denn eigentlich da? Also, die wollen gern weitermachen, ja? Ja. Dann wollen wir das tun, würde ich sagen. Ja. Magst du mal die Hand rausstrecken, bitte? Du auch? Ja? Viel weiter. Ganz rausstrecken, bitte. Ja? Und begrüßt unsere Assistentin. Die bringt euch was. Das ist Wasser. Keine Angst, nur Wasser. Ja? Und der Trick dabei ist, das Wasser muss da drin bleiben. Ja? Kein Wasser bitte verschütten. Okay? Okay? Versprochen? Könnt ihr bitte mal hier Vollgas geben? Wir machen mal, wir machen mal ein bisschen, ja? Aber ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ja? Wir testen auf, wir sind hinbekommen, ja? Das Wasser muss drin bleiben, haben wir gesagt. Nicht. Nicht. So geht's nicht, ja? Das gute Gerolstein, der wird da verschüttet. Leitungswasser. Oh, so. Gib mal folgenden Tipp. Nehmt mal das Glas frei. Und gut festhalten. Jungs und Mädels. Könnt ihr mal alles aus der Hand klicken? Ich brauche das gleiche, meine Hände. Ja? Fotos bei einem Weg, könnt ihr gerne machen. Ich würde sagen, gebt einen dicken, fetten Applaus, noch lauter DJ ab. Und Vollgasmeldung, wo seid ihr? Top-Affest 2012. Du kannst die Hand gerne reinnehmen. Nimm die Hand rein, nimm die Hand rein. Nimm die Hand rein, ja? Das Wasser muss drin sein. Zieh mal was ein, hier. Lassen wir alle mit. Stimmung hier aus dem Haus. In der Sparte 2015. Das Wasser bleibt eben nicht drin, ja? So, wo seid ihr? Gern, ihr mitsteuert, ihr? Gern, ihr mitsteuert, Tom. Das Wasser muss drin bleiben. Unglaubliches. Bleibt einen Applaus! Ja, hast du einen Haaren? Stopp heute, Tom, ne? Ah. Applaus! Lass mal gucken. Bist du etwas nass geworden? Ach, nur dezent. So, lass mal gucken. Halt mal hoch. Wer hat mehr drin? Gepa.